Denny kann seine Wuhlinchen rauslassen, ist doch gut. Es fehlt ein bisschen die Musik, so die Hintergrundmusik, dramatisch so ein bisschen. Drama, Baby. Drama. Hahaha. Ja. 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 Müssen? Luke, weg. Tja, aber wenn das Bedürfnis halt da ist. Ja, aber doch nicht in solchen Momenten. Ich bin dabei! Ich bin dabei, wie schnell ich kann! Schau! Das lebt nicht, oder? Das lebt nicht. Ich bin dabei! Oh, das lebt doch! Oh, nein! Oh, krass Zeit! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Hätte man nicht retten können. Aber ein Mitglied verloren, ein neues hat zugewonnen. Zwar kein hilfreiches, aber ein sehr neues Mitglied. Kenny dürfte das bestimmt auch wieder ein bisschen hochpushen. Ich bin gut, ich bin gut. Ich wünschte nur, dass ich heiße sein könnte. Clem, warum nicht ihr ihr den Kohl, den wir gefunden haben? Entschuldigung, du weißt, über die Farbe. Du denkst wirklich, dass ich daran interessiere? Willst du ihn halten? Könnte ich? Natürlich. Deine Familie hier. Awww. Awww. Schhhh, schhhh. Schhhhh, schhhhh. Der du bist. Du bist natürlich. Wie eine große Frau. Hier, lass mich den. Du musst beide resten. Especially you. When's the last time you slept Kenny? About two years ago. I'm fine. Somebody's gotta watch you while mama gets your beauty sleep. You never forget that smell. Kenny ist wieder Positiva drauf, glaub ich. Ich mag Rebecca immer noch nicht so sehr, aber... Ist... ne? Geht so. Nein. Du weißt... Jamie... Sarah... I'm not gonna stick around and... What should happen to you two? You know the score? You're a smart kid. I'm not like them. No. But give it enough time... And everyone's luck runs out. Ist kein Glück. Listen. When the shit hits the fan... Cause it always does. Remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. They'll make you feel like you do. Like it's all one happy family. And when push comes to shove... I owe these people everything. They've kept me safe. Looked out for me. I wouldn't be here without them. Well, they can't keep you safe forever. No one is safe forever. You take care of yourself. I mean that. Here. Versatility is not overrated. Thanks. Yeah. I, uh... I gotta go. Can we not do anything that will stay? Come on. I like Jane. Oh. I think she will die. No, I don't think. Tatsächlich. Moment. No. I think we all got stuff on our minds. The temperature is dropping. We're low on food. I think we got to stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore. See if we can find some place to scavenge. What? Oh. Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? Damn it! Hey, keep it down. Sorry. I... Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just... Lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk, so you two can roll around like fucking teenagers. Psst. Look. I made a mistake. Alright? No, it's not alright. What do you want from me? Kenny's just trying to protect the group. Well, coming down on me isn't helping. Look. I'm sorry. Okay? I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer. And, Jesus Christ, I needed it. Okay? I mean, look around you. Okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. No. But this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit together. Where's my baby? Is everything alright? Everything is fine. We're gonna need a good place to raise him. Which ain't here. We gotta push on. We head north. Get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies. And not that far from here. A whole lot better than here, anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first line. Whoa! What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days at the least. We've got that baby formula. It won't help the rest of us. And what about shelter? We'll freeze out here. Kenny's right. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food. We have to risk it. Okay. Fine. If that's what you want. Look. We should all try to get some sleep. It's been a long day. Okay, Bex. It's gonna be alright. Okay, Bex. All right. Okay, yeah. We should don't find a corner, Moly. We should fight back. We'll go out next to the next, so we're going to find a break. All right. We should have a break. Let's go. Not this one. We're going to be a break. We're going to go. Or we could get a break. We're going to be a break. I took a break. We're gonna be right. We'll be like a break. We're going to go. We're gonna be right. Mein Internet ging nicht. Was habe ich verpasst? Weiß ich nicht. Weiß ja nicht, ab wann den Internet nicht mehr ging. Wo kommt der Schnee her? Äh, vom Himmel. Tatsächlich. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nur, was muss ich tun. Wie immer. Kenny ist richtig. Wir müssen weitergehen. Ja, ich glaube. Natürlich, ich würde sagen, dass du das so, wie du ihn mit ihm gestern hast. Oh, hier. Das ist ein Platz zu sitzen. Rebecca, lasse ich den Baby. Er ist okay. Ich habe ihn. Nein, du restest für einen Moment. Ich werde ihn verletzen. Back auf, Kenny. Sie sagte, sie nicht, dass du den Baby verletzt hast. Geh dich über ihn, okay? Ich bin nicht über ihn über ihn. Ja, du hast ja. Und nicht nur jetzt. Er ist nicht dein Baby. Ich habe nur versucht, um Hilfe. Hallo? Ah, ich wusste... Ups, sorry. Ich wusste es. All right. Hallo. Ihr Name ist Clementine. Ja? Hi, Arvo. These are your friends? I'm hoping you can help me now. Not like before. All of you can help. I'm sorry about before. Yes. I need, uh, uh, things for bandages. I need bandages. Are you hurt? No. Nichts, commandedant gottetiano. Fuck! Das sind sie? Ja. Die sind sie. Was willst du, dass ich das? Was sagt dein Freund? Ich sagte ihnen, dass du die Leute, die mich verholt haben. Sie denken, dass es lustig, dass du nur eine kleine Frau bist. Verholt? Und sie wollen dich und deine Freunde, die die Schrauben abnehmen. Damit wir uns deine Sachen abnehmen. Oh, oh, warte mal. Warum ich mich so nervös bin? Clementine? Du robst diesen Mann? Ich wünschte, dass wir uns anders treffen können, Clementine. Du bist nett. Das ist nicht normal. Das kann dir einfach sein. Arvo, sagst du, dass sie die Schrauben verholt haben. All of you, einfach die Schrauben runter. Das wird gut. Gut, mein Arvo! Hey Arvo, warum sie nicht... Wir haben ein Baby! Du hast ein Baby mit dir? Sie haben ein Baby mit dir? Nein, ich bin ein Baby mit dir. Wenn du wissen, was es ist gut für dich ist, dann... Ich hab ihn verholfen. Wenn du jetzt nicht mehr so interessiert, doch... Jetzt nicht mehr so interessiert... Die Schrauben. Das ist nicht so ziemlich ein Baby. Burekou, die Schrauben. Sie haben mich dankbar. Ich mache es. Jener, es nicht mehr schrauben. Ich sage dir nicht mehr. Rebekah ist tot, oder? Fuck. What? What? Als ob die jetzt... Als ob die einen mit so einem Cliffhanger jetzt hier lassen. Was? Left Sarah at the Trailer Park. Nee, wir haben sie mitgenommen. Oh, 40% haben sie nicht... also haben sie gerettet nur. Lol. Robbed Arvo. Weißt du, da vertraut man einem... Ich vertraue nie wieder irgendwelchen Menschen in diesem Spiel. Nie wieder. Boah. Cross through a ticket booth. Ja, haben wir gemacht. The Baby. Oh, ne 56, 100%, okay. Ich wusste nicht, ob ich sie jetzt abschießen soll oder nicht. Aber ich wusste, dass sie stirbt. Ja. Es war so obvious, dass die irgendwie stirbt, klar. Ähm. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass das so passiert und dass wir... Das wäre in so einer Situation passiert und so. Alter. Nee. Vor allem, ich will wissen, wie es jetzt weitergeht tatsächlich. Es ist doch... Nie wieder vertraue ich irgendwem in diesem Spiel. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü